Hoi, Stefan. Hoi, Barbara. Sehr gut bist du hier. Hallo, Oskar. Danke. So, komm, wir gehen doch gerade in die Garte. Sehr gerne. Schaut, ich habe euch die aktuellen Leistungsdaten eurer RS-Anlage mitgebracht. Die Leistung eurer Anlage ist mit 21,6 kW natürlich recht hoch und übertrifft euren Verbrauch deutlich. 40% des produzierten Solarstroms könnt ihr selber nutzen, der Rest wird ins Netz gespissen. Von eurem gesamten Hausverbrauch könnt ihr 90% des eigenen Stroms nutzen. Das ist ja alles, oder? Es war uns ja auch wichtig, dass wir den eigenen Strom abdecken können, aber auch ein gewisser Teil könnte die allgemeine Stromversorgung returgen. Das übertrifft es ja vollkommen. Das ist ersinnig. Und zudem sieht die Anlage noch fantastisch aus. Ja, genau. Das war mir ganz wichtig, dass es vom Design her stimmt. Und ich muss sagen, ich bin begeistert. Ich finde es sieht genial schön aus. Wunderbar. Wir haben viel Freude gegeben. Ja, ganz schön. Fantastisch. Mit ARES haben wir in den letzten Jahren viele Erfahrungen sammeln können. Unsere Kunden sind sowohl in Sachen Optik wie auch mit der Leistung und der Zuverlässigkeit sehr zufrieden.